Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Dawnguard. Wir kämpfen uns hier gerade weiter durch die Trübhöhlengruft durch, um endlich rauszukriegen, was die Vampire denn hier wollen. Ich hatte so ein paar Grafikschwierigkeiten und es wird wahrscheinlich fröhlich damit weitergehen. Oh, der unterhält sich jemand. Wo sind die? Bringt euch schon mal gegenseitig um, das ist gut. Dann brauche ich das nicht zu tun. Wo war das? Da unten? Oder hier oben? Oh, da steht jemand. Verdammt. Der wird mich jetzt aber sehen. Wenn ich hier aufmache. Was soll's? Ah, so, ich bin... Ne. Ich will dich jetzt platt machen. Komm, ich möchte das... Ups. Mein Schlitter, geh aus dem Weg! Das geht mir auf den Keks, dass die immer... Danke. Dass die immer im Weg steht. Ehrlich. Beschwörung brauche ich jetzt nicht. Ich glaube, da habe ich eh... So könnte ich verzaubern. Jetzt bin ich doch hier in die erste Person gewechselt. Oh, das ist nur eine Verwundete. Ähm, da sollten wir uns ja doch mal dünner machen. Lalalala. Ach, da kann man schön fröhlich durchgehen. Das war jetzt komisch. Ich bin durch die durchgegangen. Dann gehen wir mal in die Gemmerhöhlenkaverne. Habe ich da richtig gelesen? Wem begegnen wir jetzt dann wieder? Hm. Also, wir sollen immer noch rausfinden, was die Vampire da drin suchen hier. Und ich habe es noch nicht rausgekriegt. Wir müssen, glaube ich, auch zwei bestimmte Vampire finden, die da vorhin in Gesprächen erwähnt worden sind zwischen anderen Vampiren. und die anderen sollen ja nur aufpassen und die haben... Huch. Oh. Okay. Ah, da unten sind die. Ja, natürlich, Loki. Vergesst nicht, wer euch von der Entdeckung der Wächter erzählt hat. Ich vergesse niemals, wer meine Freunde sind. Oder meine Feinde. Okay. Loki, genau so hieß der. Danke. Boah, Lydia, lass mich nochmal zurück. Rolle des Feuersturms. Oh, da kann man Rollen nehmen. Das ist schön. Was liegt hier noch so rum? Was gibt es hier noch? Nichts. Was passiert, wenn ich diesen Hebel hier bediene? Moment. Ach, da mache ich zu. Na, wundervoll. Das will ich aber gar nicht. Ich will ja aufmachen. Das war jetzt ganz unauffällig. Die haben jetzt gar nicht gemerkt, dass ich hier bin. Obwohl, die sind ja so weit unten. Ich hoffe, die bleiben jetzt auch mal gerade da unten. Also, die Richtung geht es nicht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ja, Lydia, ich auch nicht. Ich war hier. Naja. Doch, ich war hier schon leider. Wie gesagt, ich habe das Ganze schon bis dahin gespielt. Und aus Versehen gelöscht. Daher weiß ich, was jetzt passiert. Leider. Sonst wäre es nämlich komplett blind. Aber ich, Duminus, musste ja meine Aufnahmen löschen. So. Ähm. Wer bist du? Ach, das ist der Wächter, von dem sie gerade geredet haben. Notizen zur Trübhöhlenruft Band 3 schon. Aufgezeichnet von Aldalwald. Meine Güte, Knoten. Ja, das lese ich jetzt nicht komplett. Ich blätter mal kurz durch. Dann, wenn man es durchlesen möchte, kann man einfach immer auf Pause drücken. So. Oh, die kommen wieder her. Das ist jetzt blöd. Ähm. Ja. Ich glaube, ich bin entdeckt. Nein. Tue ich nicht. Ich ergebe mich nicht. Und ich habe eine neue Stufe erreicht. Wundervoll. Dann werde ich doch mal ganz schnell aufsteigen, bevor die anderen mich entdecken. So, was? Oh, meine Gesundheit. Ich bin infiziert, merke ich. Das ist schlecht. Wenn das so rot da ist und 104 von 125 ist, dann heißt das, ich bin infiziert worden von dem Vampir... Dingsbums, Rismus. Aber ich kann mich ja noch heilen, wenn ich will. Ich habe nämlich überlegt, ob ich nicht auf die Seite der Vampire wechseln soll. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich lasse mich mal überraschen. So ganz spontan entscheide ich das im Laufe dieses Quests. Ähm, was brauche ich denn? Ich weiß immer nicht. Ich glaube, Gesundheit bin ich dann... Aber ich bin trotzdem noch infiziert, oder? Dann den Talentpunkt hebe ich mir noch auf. Das mache ich mal anders. Jetzt muss ich erstmal hier weiter holen. Wir müssen jetzt erstmal gegen die beiden da antreten. Oh mein Gott. Ach, automatisch trinken wir ein bisschen. Ah, nicht gleich alle auf einmal. Hallo. G- Verdammt. Hallo. Stress doch nicht so rum. Ach, jetzt habe ich schon wieder... Mann-O-Meter. Blöde Tasten. Jetzt ist mir das schon wieder passiert, dass ich wieder falsch ausgerüstet bin. Weil diese Tasten nicht funktionieren. Oder ich bin echt so doof. Mann-O-Meter. So, so, so. Wo bist du? Aber wenn ich Litter nicht hätte, wäre ich schon längst platt, ne? Nur so ganz nebenbei. Schon längst. Da wäre ich schon gar nicht mehr existent. Ich will mein Schild wieder haben. Warum habe ich denn... Meine Güte. Ich weiß nicht, war es oben oder unten? Ja. Ähm. Ja. Da ist mein Schild. Mensch, Kinnas. So. Ich bin jetzt mal mutig. Da ist was zum Drücken. Ich drücke so gerne Tasten und Knöpfe. Zack. Au. Das hatte ich doch vergessen, dass sie sich da gleich wehtut. Mit Blut. Aber ich glaube, ich checke das Blut jetzt. So, und jetzt muss ich noch hier irgendwie aktivieren. Ja, aktivieren. Ähm. Ah ja, so. Genau, das muss jetzt irgendwie alles brennen. Ist da gerade von mir Lebensenergie oder irgendwas weggegangen? Das sah jetzt komisch aus. Ne, das ist falsch. Die müssen alle Flammen kriegen. Da muss das nach innen. Das Kohlenbecken. Jawohl. Und das hier. Weiß ich nicht mehr. Ja, war richtig. Wir rennen hier mal durch. Ich weiß gar nicht, ob mir das schadet, wenn ich da durchrenne. Ne, du bist auch falsch. Huch. Das muss auch in die Mitte. Tralala. So schön, ich wusste gar nicht, was ich da auslöse. Ich hab einfach mal rumgeschoben. Also, auf gut Glück. Was passiert? Ui. Ah! Du meine Güte. Ähm. Hallo? Was ist das? Aktivieren Steinmonolith. Ach, wir machen das mal alles. Ja, guten Tag. Abgeschlossen. Finde heraus, wonach die Vampire suchen. Sprich mit der geheimnisvollen Frau. Ja, wer bist denn nun? Wo ist... Wer schickt euch her? Die ist hübsch? Äh. Ähm. Ja. Ich frag mal lieber, wen habt ihr erwartet? Ich hatte wenigstens jemanden, wie mich erwartet. Ähm. Was meint ihr damit, so wie ihr? Ein... Merkt ihr es nicht schon, wenn ihr mich anseht? Ein Vampir. Ja, ist ja gut. War ja nur so. So, jetzt hab ich die Option zu sagen, die Dämmerwacht würde mir befehlen, euch zu töten. Oder warum wart ihr auf diese Weise eingesperrt? Ich glaube, ich verschweige ihr das mal lieber mit der Dämmerwacht. Ist mir irgendwie gerade lieber. Weiß nicht. Warum wart ihr auf diese Weise eingesperrt? Das ist... Kompliziert. Und ich weiß nicht genau, ob ich euch vertrauen kann. Aber wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, hilft mir zurück, zum Anwesen meiner Familie zu gelangen. Mhm. Ja, solange ihr mir nicht in die Quere kommt. Sei nicht so unfreundlich. Wohin müsst ihr gehen? Meine Familie wohnt auf einer Insel im Westen von Einsamkeit. Vermutlich wohnen sie da noch immer. Ach, übrigens, ich heiße Serana. Schön, euch kennenzulernen. Ja, auch schön, euch kennenzulernen. Also, abgeschlossen erwachen. Und begonnen. Die Blutlinie stand da noch. Das neue Quest. Okay. So. Wisst ihr, wie man hier rauskommen kann? Warum wurdet ihr eingesperrt? Ja, das würde mich jetzt mal interessieren. Warum wurdet ihr hier eingesperrt? Darüber möchte ich lieber nicht mit euch sprechen. Wenn das in Ordnung ist. Tut mir leid, es ist nicht so, dass... Ich weiß einfach nicht, wem ich vertrauen kann. Lasst uns mein Zuhause aufsuchen, dann verstehe ich eher, wo wir alle stehen. Okay, ihr Zuhause. Ich meine, ich kann verstehen, dass sie mir nicht vertraut. Aber sie scheint eigentlich sehr freundlich zu sein, ne? Ähm. Ja. Erzählt mir etwas über euer Zuhause. Es liegt auf einer Insel in der Nähe von Einsamkeit. Hoffentlich finden wir ein Schiff, das uns dorthin bringen kann. Es ist das Zuhause meiner Familie. Es ist kein besonders einladender Ort, aber... Je nachdem, wer da ist, werde ich dort in Sicherheit sein. Ähm. Je nachdem, wer da ist? Warum wärt ihr hier nicht in Sicherheit? Sagen wir mal, dass mein Vater und meine Mutter ein wenig zerstritten sind. Macht euch keine Sorgen. Ich bin nicht in Gefahr. Es wird nur sehr unangenehm sein, meinem Vater zu begegnen. Okay, ihr Vater ist ein unangenehmer Vampir. Ich meine, welche Vampire sind angenehm da? Aber ist ja egal. Ähm. Achso, stimmt. Die hat da ja eine Rolle hinten dran. Ist das eine Schriftrolle der Alten? Ja, das ist sie. Und sie gehört mir. Warum habt ihr eine Schriftrolle der Alten? Ich meine, nicht, dass ich nicht auch eine hätte. Das ist kompliziert. Ich kann wirklich nicht darüber sprechen. Es tut mir leid. Okay. Hm. Wie lange wart ihr dort drinnen? Gute Frage. Schwer zu sagen. Das... Das weiß ich wirklich nicht. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Wer ist Großkönig von Himmelsrand? Ähm. Ja. Ja, also ich finde, darüber kann man sich streiten. Wunderbar. Ein Erbfolgekrieg. Gut zu wissen, dass die Welt während meiner Abwesenheit nicht langweilig geworden ist. Wer streitet gegeneinander? Das Kaiserreich unterstützt Elisiv. Aber in Himmelsrand gibt es viele Anhänger von Ulfric. Kaiserreich? Was? Welches Kaiserreich? Okay, sie hat echt lange geschlafen. Oder war echt lange da eingesperrt. Das Kaiserreich aus Seroldiel. Seroldiel ist der Sitz eines Kaiserreichs? Ja. Ich muss länger fort gewesen sein, als ich dachte. Definitiv länger, als wir geplant hatten. Geplant? Bitte, wir müssen uns beeilen. Ich muss zurück nach Hause, um herauszufinden, was passiert ist. Das kapiere ich jetzt irgendwie nicht. Ach, Moment, ist jetzt meine Gefährtin auch? Weil da hier sehr, sehr typischen Sätze stehen für einen Gefährten. Das ist ja cool. Ich bin jetzt echt verwirrt, weil... Also das war wohl geplant, dass sie da eingesperrt war. Aber die ist wohl zu lange da drin gewesen. Hat eine Schriftrolle der Alten. Muss nach Hause herausfinden, was los ist. Vielleicht ist bei den Vampiren auch ein Machtwechsel gewesen oder so. Keine Ahnung. Ja, und jetzt scheint es so, als ob wir ihr helfen müssen. Wollen, sollen. Da ich ja jetzt nicht die Dämmerwacht erwähnt habe. Ich bin ja sowieso infiziert wahrscheinlich. Ich gucke gleich nochmal nach. Aber ich denke schon. Also wenn ich jetzt keine Krankheitsheilung trinke, kann es sein, dass ich mich im Laufe der Zeit in einen Vampir verwandle. Ob ich das jetzt wirklich will, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber es kommt mir irgendwie spannender vor. Obwohl, ach, ich weiß es noch nicht. Meb. Ups. Also müssen wir zusammen den Weg hier raus finden wieder. Ich gucke mal kurz auf die Karte, ob die uns da weiterhelfen kann. Äh. Ach, dieser markierte Ort nervt. Also, da muss ich... Das ist aber jetzt schmarrn. Da, wo wir jetzt sind... Ist die Luft hier unten stickig? Mir ist etwas schwindelig, aber das kann auch daran liegen, dass ich gerade erst aufgewacht bin. Da geht's nicht gut, huh? Die braucht Blut, oder? Ähm, okay. Ich wollte noch mal gucken, genau, wie es mir denn geht. Ähm, Moment, das war da unten hier. Aktive Effekte, genau. Wargestein, Farbe, mühelose Wucht. Ach, nee. Habe ich mich jetzt doch geheilt? Durch, durch meine Gesundheit? Also, dann habe ich noch... Kein Risiko. Okay, dann bin ich wieder okay anscheinend. So, wie ich das jetzt sehe. Weil sonst wäre das ja, glaube ich, bei aktive Effekte gestanden. Genau. Genau. Also, dann habe ich mich gerade wohl selber geheilt. Moment, schade eigentlich. Ähm. Da habe ich noch nichts geholt. Na gut, ähm. Dann... Kommst du jetzt mit? Kommt die oder kommt die nicht? Mädel, komm. Aber ich muss da hinten lang. Moment. Da geht's raus. Hier geht's lang. Dann geh mir mal. Würde ich sagen. Jetzt muss ich die auch noch beschützen. Ich hoffe mal, dass dieser Vampir sich selber beschützen kann. Was? Äh! Achso! Ein Gargoyle, ein lebendiger. Du meine Güte. Huch! Da ist ein Gargoyle lebendig geworden. Oh, und da ist noch einer. Na cool. Die Viecher gefallen mir. Wer ist da? Hey. Hast du Angst? Tihi. Den finde ich ja nur noch cool. Also ab hier spiele ich wieder blind. Ganz brav. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass diese Viecher da plötzlich auftauchen. Die, finde ich, sehen heiß aus. Die gefallen mir. Es wird gut tun, draußen wieder tief durchzuatmen. Das Sonnenlicht fehlt mir nicht, aber ich vermisse die frische Luft. Ja, das Sonnenlicht. Im Moment sind die da schwächer, die Vampire im Sonnenlicht. Aber sie können sich im Sonnenlicht bewegen, ne? Aber ich weiß nicht, wo ist es denn? Oh, es ist schon Nachmittag. Na, dann ist ja gut. Dann wird es nicht mehr so lange hell sein. Wenn wir rauskommen. So, ähm. Ja. Ha, habe ich mich jetzt erschreckt. Aber die fand ich jetzt irgendwie cool, die Viecher. Die gefallen mir, die Gargoyles. Ich mag sowas. Ähm. Gibt es hier noch irgendwas? Das Licht ist so schlecht. Leute, ich erkenne ja gar nichts. Wo müssen wir denn überhaupt langen? Da ist noch was. Eine Kiste. Eine Tue. So. Mhm. Ich weiß trotzdem nicht, wo lang wir müssen, Leute. Zuck. Hä? Serana, weißt du, wo es lang geht? Ich sehe hier nämlich keinen Weg. Hallo? Ich, ähm. Welcher Weg? Wo lang denn? Ich sehe hier keinen Weg. Wo ist hier ein Weg? Wo seht ihr hier einen Weg? Hallo? Ach, da hoch? Hier hoch. Mein Gott, bin ich bescheuert. Ich hätte schon gedacht, ich finde den Weg nicht mehr zurück. Also, es ist gar nicht zurück. Das ist woanders lang. Kann ich da noch was mitnehmen? Nö. Serana, komm. Was ist das? Ich nehme mal so ein Leinentuch mit. Für, ähm, ja, zum Kleidung herstellen. Hatte ich ja vergessen, ne? Gut. So, dann wollen wir aber hier Schluss machen, ähm, und in der nächsten Folge weiter uns aufmachen Richtung nach Hause von der Serana. Da steht sie. Ähm, genau. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.